mit der tortur hier in mario party star wars und zwar welt 2 1 ein spuck ein spuckig stacheliger scheiter kurs mit drei boss kämpfen uuuhh tatouren ja Die gleiche Leier wie zuvor. Ein Taubepilz. Wirfelszeit wird halt um 3 erhöht. Die gleiche Leier wie zuvor. 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 Sprungfederfall schleudert den ersten Gegner, der darauf landet, auf ein anderes Feld. Okay. Mh, noch weh mal. Gegner, also bin ja nicht ich gemeint. Hier. John, hier. Ja, ich drück doch auf. Hätte ja sein können. Ja, ich drück doch auf. Hier. Ich drück doch auf. Ich drück doch auf. Hier. Ich drück doch auf. Untertitelung. BR 2018 Let's go! Besiege Mutant Tyrannia. Ja, jetzt mal schnell zur Röhre. Da guckst du doch in die Röhre. Was? Greift hier die Panzer und wirft den Boss damit ab. Dementsprechend Mutant Tyrannia. Ja, jetzt mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das ohne Partner, Bitches Kamek? Boss 2 Ich glaube, gegen Kamek habe ich noch gar nicht gekämpft Das könnte Premiere werden Ich glaube, gegen Kamek habe ich noch nicht gekämpft OUCH! Also, the final step is to fix the key. It is the last step. Let's talk about the keys. The key is to save the key. It is the key. Hurray! Besiege Karmak. Schnapp dir die Karten, achso, ne, ist doch nicht das erste Mal, wollte ich schon sagen. Bereit, merke dir die Karten. Okay. 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 Das ist doch nicht aus. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Okay, dafür brauchen wir den Touchscreen. Da, da und da. So muss es aussehen. Oh, shit. Ich glaube, links. Natürlich war's falsch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das müsste das Stück hier sein. Also, ich mag irgendwie nicht so richtig Obst im Kuchen. So, so Erdbeeren meinetwegen, aber mehr aber auch nicht. Höchstens vielleicht noch Banane oder Apfel. So, so bin ich kein richtiger Freund davon, wenn Obststücke im Kuchen sind. Könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, ob ihr Obststück im Kuchen gut findet. Ich hab' mal gesagt, hab' ich total vergessen, wo's ist. Natürlich was falsch. Ich hab' mal gesagt. Da... Ich hab' mal gesagt. Doppelwürfel, erhöhe Reichweite, ja bla bla bla, aber jetzt, Doppelwürfel, erhöhte Reichweite, wirf zwei Würfel auf einmal, sehe schon, ich wirfe zweimal eins, das wär's. Oh, ich könnte mir Yoshiya als Pater nehmen. Findet die Zielkammer. Klingt einfach. Eigentlich war ich immer gut da drin. Eigentlich. Doch, 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 da, 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 da lang. Nein. Geh doch, Alter. Nein, Alter. Es hat noch keiner die Kammer gefunden. Bestimmt ist das da. Holy shit, das ist jetzt die schlitte Leistung in diesem Minispiel, was ich je hatte. Holy shit. Naja, immerhin erster. Alle drei Min, alle drei Bosskämpfe ohne Partner. Besiege Mega Monty Maulwurf. Gib den echten Mega Monty Maulwurf, ja. Kann ich auch eh nicht mehr aufholen, Team Blau. Das ist unmöglich. Ja, 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 beweg dich. Könnte knapp werden. Gleichstand. Gleichstand. Teilweise. Es hat schon nur zwei Ställe gehabt, aber immerhin. Die anderen beiden Ställe hat er heimlich geklaut. und das alles ohne ein partner das war ich, die meisten Alters habe ich eingesammelt das war ich und der grüne Tod und der grüne Tod und der grüne Tod und der grüne Tod im nächsten Part werde ich dann Welt 3 machen und dann fehlt ja nur noch eine Welt bis zum nächsten Part vom Maltparty Starwash Show Das war's für heute.